Mein Name ist Susi Boldt, ich bin diplomierte Wundexpertin und arbeite im Kantonsspital St.Galle. Ich habe dort die Leitung des Wundmanagements unter mir. Wir betreuen stationäre und ambulante Patienten. Wir haben ein Wundzentrum, in dem wir nur ambulante Patienten behandeln. Und natürlich stationär, wie ambulant wirklich viele Patienten haben, die mit Schmerzen konfrontiert sind. Also Schmerzen beim Wundverband oder auch Schmerzen, die nachher bis wieder zu uns kommen. Und wir haben diverse Möglichkeiten, wie wir die Schmerzen behandeln können. Aber wir sind immer noch innovativ am Suchen, was gibt es noch anderes, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten. Und das Thema Hypnose hat mich schon lange mal beschäftigt. Bin immer wieder mal so ein bisschen darüber gestolpert. Und dann bin ich zufälligerweise auf jemanden gestossen, der den Vortrag von Nicole Wackernagel gehört hat. Sie sogar, glaube ich, engagiert hat an dem DEBRA Kongress in Zermatt. Und wo mir gesagt hat, wenn du mal ein cooles Referat willst, dann mach mal. Dann habe ich gefunden, gut, ich mach mal ein Mail und prompt, zack, habe ich eine Antwort bekommen. Ja, kommen gerne an eure Wundgruppen und so. Und es hat mich extrem gefreut, dass Nicole bei uns ein Referat gehalten hat und auch gerade praktisch vorgezeigt hat, wie man jemanden relativ schnell in eine Hypnose versetzen kann. Ich bin wirklich total begeistert gewesen von diesem Abend und einfach von dieser ganzen Art, wie sie das macht. Und ich persönlich finde einfach, jeder Mensch hat seine Fähigkeiten. Und Nicole hat die Fähigkeiten einfach für die Hypnose. Das ist irgendwie wie angeboren, habe ich das Gefühl. Und was ich mitnehme von diesem Abend ist eigentlich das, dass ich das Thema weiterverfolgen möchte. Und wir haben das auch schon in unserem Bund-Expertinnen-Team diskutiert. Und ja, wir möchten das eigentlich wirklich noch etwas vertieft anwenden können. Und ich kann Nicole nur empfehlen für weitere Veranstaltungen, für Weiterbildungen. Oder ich glaube, wenn wir wirklich einen schwierigen Fall haben, dann holen wir dich einfach gerade persönlich und lösen das Problem mit dir. Danke vielmals.